Miss Everlyn, Sie haben sehr hart gekämpft in den Spielen. Aber es war ein Spiel. Möchten Sie einen richtigen Krieg erleben? Musik Nein! Schoppen! Alle, die sich gegen mich stellen, werden in Ungnade fallen. Ich muss Ihnen sagen, Peabody, wenn es um meine Tochter geht, dann gibt es nichts Wichtigeres als... Hallo? Eine Umfrage, ja gerne.